In sieben Minuten ist ein Drei gegen Drei Turnier. Hitzst du da rein? Macht das Sinn? Nein. Ich hab noch nie eins gemacht. Dauert eine Stunde das Turnier. Ist rankbar. Dann kriegen wir auf die Fresse. Nein? Hä? Ja, dann lass rein ins Turnier. Wir müssen uns anmelden. Ja, mach ich jetzt dann. Friendship Force. Und guck mal, wie er. Losers for... Die Friendship Force gegen die Losers for ever. Also Friendship Force ist richtig, richtig peinlich, der Name. Hören die mich gerade? Nein. Ah, press Endicatorady ab. Aber du kannst mit den Lenkrädern schon provozieren. Provozieren müssen wir mit den Lenkrädern. Ja, musst du provozieren. Provozieren müssen wir mit den Lenkrädern. Dass wir wild sind. Wir sind wild. Guck, das sehen die jetzt. Hast du Dinge gesehen? Den Lilan, der hat so gemacht. Guck mal auf meine Räder. Der hat so gemacht. Der hat Angst. Oha. Warte, alle auf den Rücken legen. Alle auf den Rücken legen, okay? Ja. You'll spend me right, Waffe. Ja. Okay, drei gegen zwei. Unser allererstes Turnier ever. Komm schon mal. Und der andere ist AFK. Ja. Schön, das ist das nach vorne. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Jetzt freut mich, mein, das ist ein Turnier. Ich muss eigentlich nur an dem vorbei und dann... Deiner. Ich könnte jetzt... Ja. Jetzt noch mal umdringen, driften und rein. Ja. Oh, das war richtig mal. Schön. Zählt das als Dribbling? Ja, würde ich sagen. Wir nennen sich Friendship Force und alle liefen und beleidigen sich gegenseitig. Aber guck mal, wie smart du das gemacht hast. Ja, ja. Das war echt krass. Ja, gewonnen. Wir haben gewonnen. Hört auf, Alter. Oh nein. Ich glaube, das wird sweaty. Wenn wir verlieren, sind wir raus, ne? Ja. Let's go. Oh, zweites Spiel. Deine ist aufkackt, ne doch nicht. Schön. Och du Scheiße. Ja, jetzt guck. Ja. Nein. Mann. Mann. Ich fack's nicht mehr. Jetzt. Nochmal. Jetzt. Aber lieber gefleid. Ja, 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 ja. Wir. Innenwursten. Jetzt, Max. Einfach nur lupfen einmal. Ja, ja. Noch ne Chance. Ja, da darfst du nicht. Ja. Max, sauber. Mein Tor. Ja. Geil. Der Lupfer war sick. Der reingegangen, der böse. Und das war, ja. Und danach war schick. Und die haben aufgegeben. Let's go. Schön in die Fresse damit. Ja. Stark. Digga, wir haben einfach zweimal im Turnier gewonnen. Wie geil. Fokus jetzt. Komm, wir sind im Viertelfinale. Lass uns das Viertelfinale gewinnen. Die springt schon erst zum Ball. Ach, komm. Oh, schön. Oh mein Gott. Hey. Dann war Humat, ja. Gegen Tor kassiert. Wim Humatra. Wim Humatra. Wim Humatra. Wim Humatra. Wim Humatra. Wim Humatra. Man, Leute. Wo ist unser Torwart? Schön. Nice. Danke. Oh, das ist es. Weiß es noch nicht, ne? Kannst du noch mal hoch machen? Ja. Let's go. Zauber Granny Hunter. Danke. Jetzt, 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 ja. Alter, das war greifend, Romatra. Wir sind im Viertelfinale. Wir gewinnen einfach. Ich mach in der Mitte. Ja, dann mach auch. Max. Ja. Ich ramm den weg. Jetzt. Ja. Das war ein krasses Tor. Ja, guck mal. Lupfer. Oh, guck mal, wo ich schon flieg. Scheidlich. Oh, Alter. Holy shit. Das ist ein guter Pass, Romatra. Meine Zerstörung war aber auch wichtig. Ja, die war wichtig. Schön. 4-1. Kommt die Mitte. Ja. Oh, schön. Das war gut. Perfekt. Ich mach nichts. Jetzt zumach, Sommer. Ja. Oh. Hey, wie krass. 1-1. Jetzt kommt der rein, der Junge. Guck mal, Pass. Ja. Romatra, zack. Gegner springt vorbei. Aber du hast gegabt wieder. Zack. Was für ein geiles. Ah. Ja, sauber. Wir sind im Halbfinale. Halbfinale. Wer hat gesagt, das ist ein schnelles Turnier? Irgendwer meint, das ist ein schnelles Turnier. Halbfinale. Mach mal Lärm, Halbfinale. Ja, mach mal Lärm. Haben wir schon mal gegen drei gespielt? Nee, ne? Nee. Wir haben es jetzt so gegen zwei gemacht. Spiel beginnt. 1-2-3. Halbfinale. Reißt euch jetzt mal zusammen. Ja. Jetzt müssen wir performen. Zeig mal, dass du den ganzen Tag spielst. Oh, verkickt. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, da war Kacke. Ja. Es gehen nicht zwei drauf, ist scheiße. Matra ist dumm. Nein, Max ist nicht losgefahren einfach. Ja, Max. Max ist nicht losgefahren. Schwingt einfach. Ja, der ist hochgesprungen. Ich lasse, Matra nicht im Tor. Falt. Ich bin der Goalkeeper. Auf der rechten Seite. Ja. Now we put the ball in. Goal. Nice. 1-1 wichtig. Oh, gefährliche Situation. Muss bereinigt werden. Ja. Und jetzt nach vorne. Konter-Möglichkeit hier für uns. Konter, Konter, Konter. Und da muss der rein. Und der ist drin. Was? Das war aber. Das Matra, schade. Ja, also guck mal mich an. Jetzt geht er in den geblockt. Guck mal. Guck mal, er blockt sich zum ersten. Und dann komm ich geflogen. Ja, stimmt. Wer ist du gewesen eigentlich? Wer ist sick gewesen? Du musst fahren, Max. Du musst fahren, Max. Du musst fahren, Max. Ich sag's jetzt immer mal, damit es auch ganz klar ist. Aber du eigentlich auch. Locker gemacht? Boah. Boah. Saubersebo. Let's go. Pinch heißt das. So ein Pressball heißt Pinch. Oh, oh. Chance, ja. Den krieg ich nicht mehr. Leute. Zu zwei. Leute. Noch ist die ab. Jetzt. Sauber. Wenn wir jetzt noch mal gewinnen, sind wir im fucking Finale. Oh, ja. Oh, Torwart steht jetzt. Das ist scheiße für uns. Schönes Ding. Oh mein Gott, wer war das? Wer war das? Halt doch deine Fresse. War das geil. Guck dir das mal an. Der war stark. Holy shit. Alter, Rumatra. Der war so reingezwirbelt. Der war heftig. Und wichtig war der auch. Weil es steht jetzt wieder 1-1 und sind gebrochen. 1-1. Fretcher gewonnen. Schönes Ding. Ding. Ja, 2-1. So wichtig. So, und jetzt sind die gebrochen und jetzt machen wir die Tore. Boah, die sind aber auch, die sind random, ne? Das ist kein Team, Alter. Wie geht das überhaupt? Wie kann man, geht das, wenn man sich alleine anmeldet, zwei Randoms bekommt? Schön, Max. Danke. Oh mein Gott. Ja. Oh. Das muss ich nicht. Was? Böse. Du, guck mal, wie du über ihn rüber lupfst. Du dacht, der nächste? Noch mal. Dann ist der Granny Hunter da. Boah. Boah, ist das geil. Ja. Gesser gewonnen? Nein. Also, wir sind im Halbfinale. Ja, wir sind im Finale. Wir sind da. Wir sind. Wir sind. Jetzt haben sie. Ja, jetzt geht's. Kompletter Bruch. Jetzt ist vorbei, Alter. Jetzt können sie Schluss machen. Und welcome to the final. Gewinner vom Halbfinale. Losers forever. Boah, schön. Wir sind im Finale. Finale gegen Cherry Grog. Boah. Die haben fett Tore. Ey, kommt schon, Jungs. Das ist ein Goldfinale. Ja, es ist schon ein Wunder, dass wir es ins Finale geschafft haben. Ja, safe. Lass es unser Bestes geben. Es ist ein Best of Three. Kommt schon. Jetzt Tore über Tore über Tore. Hinten gut stehen ist auch wichtig. Richtig. Letzter Mann ist Torwart. Ist auch wie im Real Life. So, letzter Mann Torwart. Und ich bin die Letzter Mann, weil ich bin da völlig los. Ja. Da ist sie, die Reingabe. Nein, nein, nein. Die verteidigen Geist ist krank heftig. Ich komme noch nicht mal ganz kurz zum Ball. Oh, der kann dribbeln. Oh, fuck. Die sind alle gut. Ja, und die klauen Boost. Oder damit ich... Nein! Die sind halt immer dran, ne? Ja, die sind so schnell. Ich bin schon Ballkontakt. Ja, jetzt. Mach ihn. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ja, Humatra, Öl, du bist der Beste. Guck mal, guck mal den Drift an. Hast du? Oh, du spinn. War das gut. Dann noch Winkel aufgebaut. Ja. Digga, Humatra. Das war schon Naturtalent mäßig. Leider den Ball nicht da hingekommen. Nein, nein. Gut, gut, gut. Abgewehrt. Parade. Er ist Parade im Turnier. Jetzt nach vorne. Wir sind beide vorne. Die sind hinten. Ach. Dann will ich zu viel manchmal. Aber? Ja, oh, nein. Oh, fuck. Vielleicht passt der für den Fluch. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, 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 nein. Nein, nein. Jetzt haben wir ein Problem. Magst du es hinten tatsächlich? Jetzt nochmal? Jetzt, 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 jetzt. Das ist dein Start. Ja, oh, mein Gott. Schönes Ding. Das war krass. Guck mal, von wo. Wichtig ist, von wo ich ankam. Böse, Böse. Oh. Egal. Gut der Schuss. Ist gut. Ja. Ha. Ja. Den wollte ich noch klauen, scheiße. Ja, kriegst du nicht. 3-1, ey, krass. Das können die gut, von der Bande und so. Ja. Junge. Erste Runde. Ein Spiel jetzt noch von 2 gewinnen und wir haben einfach das fucking Turnier gewonnen. Ja. Das wäre krass. Ich habe gestern das erste Mal Rocket League gespielt. Ja. Schau mal, hier, das erste Parade. Torhüter bin ich. Hast du, ey, gut gemacht. Der eine Ball, der war stark. Kriegen wir dann das Turniersieger-Symbol? Ja, kriegen wir. Oha. Wie ist der Turniersieger dann? Alter, wer war das da oben? Wo ist mir? Ja. Halt's Maul. Ihr seid so krass. Digga, leckt mich doch. Wie heftig. Guck mal, wo Madra, wo er ist. Wo ist er ganz? Und dann kommt von ganz hinten Sebo angeflogen. Hä? Wieso könnt ihr das? Ihr seid beide so dumm. Der ist drin. Nee, ist er nicht. Jetzt ist er drin. Oh, was? Let's go. Das ist ein Gold-Turnier. Ja, die sind im Panik-Modus. Die sind im Full-Auf-Ping-Modus. Die hab ich. Na. Oh mein Gott. Ja. Oh! Was? 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 Wir passen in der Luft. Ich fange mal. What? Let's go. Wie spielen wir denn? Ich hab gestern angefangen. Let's go. Und wir haben gewonnen. Digga, ich fasse es nicht. Das ist unser allererstes Rocket League-Turnier. In Gold-Niveau. Oh, wir haben gewonnen. Oh, wird das viele Leute sauer machen auf YouTube. Ja, ja, ja. Die werden so ausrasten. Oh, limitierter Spieler. Losers Forever's Champions. Wir haben's geholt. Wie random. Das ist echt ein Gold. Wir sind tatsächlich Gold-Champ. Wir sind auf Gold-Liga. Sind wir drei. Die absoluten Loser haben ein Turnier gewonnen. Richtig. Na, wer von euch hat schon Turnier-Säger? Limitierter Spielertitel. Das war big. Das war big.